Die letzten Masken, sie fallen, die Stadt Essen, die CDU und die Grünen im Stadtrat wollen jetzt den Parteitag der AfD verbieten, wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Nein, nein, nicht die Gegendemonstranten gefährden die öffentliche Sicherheit, sondern die AfD mit ihren Mitgliedern auf dem Parteitag. Man hat Angst vor strafbaren Inhalten auf dem Parteitag. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich peinlich für dieses Land, es ist beschämend für dieses Land. Sie wollen hier eine demokratisch legitimierte Partei an ihrem gesetzlich vorgeschriebenen Parteitag hindern und machen daraus gar keinen Hehl, die sogenannten Demokraten. Es ist katastrophal, was jetzt hier los ist. Ende Juni, vom 28. bis zum 30. Juni hat die AfD die Kruger Halle, eine der Messehallen in Essen, gemietet, um ihren Parteitag mit 600 Delegierten abhalten zu können. Plus Pressevertreter und Gäste werden es so knapp 800, 900 Leute sein. Der Parteitag ist aufgrund des Parteiengesetzes mindestens einmal im Jahr vorgeschrieben. Es werden außerdem die Vorstandsposten neu gewählt. Also es ist ja in dem Sinne spannend, ob Alice Weidel und Tino Chrupalla sich an der Spitze halten können. Es sieht alles danach aus. Aber auf den anderen Plätzen im Vorstand wird es doch etwas Stühlerücken geben. Jetzt wollte die Stadt Essen hier schon ein Schwimmbad und einen Freizeitpark schließen. Davon habe ich letzte Woche schon berichtet, weil sie Angst hatten, dass die Gegendemonstranten durch das Schwimmbad auf die Messehalle oder das Messegelände stürmen wollen, um diesen Parteitag zu stören. Der Bürgermeister von Essen, ein CDU-Bürgermeister, wollte die Demonstration von der Spitze her anführen. Also ein demokratisch gewählter Bürgermeister, der zu seiner Neutralität im Amt verpflichtet ist, möchte in der Funktion als Bürgermeister der Stadt Essen einer demokratischen Partei ihr gesetzliches Recht auf einen Parteitag absprechen. Und er will es auch noch durch Handlungen, die er als Oberbürgermeister hier vollzieht, verhindern. Und dann sagen sie immer, die AfD ist das Problem und wundern sich, warum die AfD so viele Stimmen hat. Die Gewerkschaft Verdi geht hier noch weiter. Sie sprechen von einer faschistischen Massenpartei. Das ist die AfD inzwischen. Oh, dass sie eine Massenpartei ist, ist wohl das, was ihnen hier am meisten Angst macht. Aber faschistisch ist die AfD beileibe nicht. Faschistisch sind die anderen, die alle meinen, es gäbe nur eine richtige Meinung und das ist die Meinung gegen die AfD. Niemand hat mir vorzuschreiben, ob ich die Schlümpfe wähle oder nicht. Niemand hat mir vorzuschreiben, ob ich das gut finde oder nicht. Und ich darf auch denken, dass wir in diesem Land gewisse Teile wieder herauswerfen sollen und andere gar nicht mehr hereinlassen. Genauso darf ich denken, dass ich alle Mitglieder der Grünen Partei am liebsten aus diesem Land werfen würde. Das ist legitim in diesem Staat. Aber jetzt sind sie ganz perfide hier unterwegs. Es gibt einen Mietvertrag, der ist seit sechs Monaten unterschrieben. Und die Messe Essen wollte schon nach dem Remigrationstreffen von Potsdam quasi aus diesem Vertrag hier wieder aussteigen. Allerdings gibt es natürlich für beide Seiten Vertragsklauseln, die das Ganze teuer machen. Nun begründet jemand von den Messehallen bzw. in den Reihen der Stadträte in Essen, es könnte auf diesen Parteitag zur Ausrufung verfassungsfeindlicher Parolen kommen. Und dann führen sie Björn Höcke an mit seinem Alles für Germany, was er gesagt hat. Und das ist wirklich peinlich. Sie haben nichts anderes gefunden, um jetzt der AfD vorzuwerfen, sie würde verfassungsfeindliche Parolen auf ihrem Parteitag rufen. Und da können wir einmal in die Historie schauen. Auf den letzten 14 Bundesparteitagen, auf allen 14 Bundesparteitagen, die die AfD seit ihrer Gründung abgehalten hat, da kam es exakt zu Null Straftaten. Keine einzige Straftat auf einem Bundesparteitag der AfD. Das bestätigt sogar das BKA der AfD. Deswegen droht die AfD hier selbstverständlich mit einer Klage gegen die Stadt Essen, sollten sie versuchen, die Partei an ihrem gesetzlich vorgeschriebenen und demokratisch verbrieften Recht auf einen Parteitag zu behindern. Aber sie sind hier alle im Wahn, im faschistoiden Massenwahn, so wie es Verdi selbst schreibt. Und es gibt hier sogar ein Buchungsportal für Reisebusse. Ich zeige euch das mal hier. Willkommen zum solidarischen Busbuchungssystem von GemeinsamLaut. Da könnt ihr hier mal gucken, von wo wollt ihr zum Parteitag nach Essen? Von Berlin, von Braunschweig, Darmstadt, Dortmund, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Fulda, Gießen, Göttingen, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Ingolstadt, Nürnberg, Würzburg nach Essen, 28.06.2024, Abfahrt 23 Uhr, neun freie Plätze, 40 Euro das Ticket. Und ja, das wird unterstützt, das wird hier gefördert. Sie wollen quasi der AfD unterstellen, sie würde strafbare Parolen auf ihrem Parteitag rufen. Das ist so arm, das ist so schwach. Da sieht man einmal, dass die wehrhafte Demokratie sich hier gar nicht wehrhaft verteidigt, sondern die wehrhafte Demokratie will die anderen einfach verbieten. Einfach verbieten. Wenn die Stadt Essen hier durchkommt mit dem Verbot, wie sie es begründen wollen, mit dem Rufen verfassungsfeindlicher Parolen, würde das bedeuten, dass man auch den Grünen und den Linken in diesem Lande dann nichts mehr vermieten darf, weil da wird teilweise gerufen, erschießt die Reichen, also die Besitzer der Messe in Essen zum Beispiel. Und wenn sie damit durchkommen, ja, in Essen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass niemand anderes mehr der AfD vermietet. Und sie wollen hier quasi die per Gesetz verbrieften Rechte einer Partei beschneiden durch die öffentliche Meinung, durch das Mobilisieren von Tausenden, von Zehntausenden von Personen, die sich instrumentalisieren lassen und von den Etablierten vor den Karren spannen lassen. Und da muss man mal sagen, hier oben, also ganz viel da oben. Wenn etwas jemand gegen die AfD tun möchte, ist das ein gutes Recht. Es gibt auch Leute, die wollen etwas für die AfD tun. Wenn man etwas gegen die AfD tun möchte, ist der beste Wahlkampf, wie jetzt, versucht, ihren Parteitag zu verbieten mit hanebüchenen Begründungen. Das wird vor Gericht am Ende nicht standhalten. Und vor allem haben sich alle am Ende wieder lächerlich gemacht. Und die AfD ist das Opfer gewesen. Lasst sie einfach ihren Parteitag machen in Essen und verbietet die Gegendemonstrationen. Und somit geht die ganze Aufmerksamkeit verloren, die sie sonst bekommen hätten, und berichtet einfach über den Inhalt. Ja, also wie die Medien ja jetzt schon wissen, wird es einen Rechtsruck geben auf dem Parteitag, weil der Flügel sich wieder durchsetzen will. Das meinen sie ja leider ernst. Das formulieren sie jedes Mal. Egal, wer gewählt wurde. Es war immer ein Sieg des Flügels und eine Niederlage des Mitte oder der Alternative in der Alternative. Es ist so schmarrn, so an den Haaren herbeigezogen. Vor allem, was erwarten sie denn, wenn sie öffentlich diese Partei versuchen zu demontieren, zu destabilisieren, auseinanderzunehmen? Nichts. Es wird Konsequenzen losbleiben. Aber die Bürger in Essen, sie können ja mal zeigen, wie bunt sie sind und ob sie so antidemokratisch sind, dass sie hier wegen 600 Delegierten 100.000 Demonstranten auf die Straße schicken, um ein ganzes Stadtgebiet drei Tage lahmzulegen. Der Krugerpark wird geschlossen. Das Krugerbad soll geschlossen werden. Einfach nur, weil gewisse Leute es nicht ertragen können, dass es Personen gibt, die eine andere Meinung haben. Und dass die Personen hier eine andere Meinung haben. Ha! Ha! L'amour toujours, sage ich da nur, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu ein Video machen darf oder ob das YouTube inzwischen schon herausfiltert. Könnten wir ja mal ausprobieren, heute Mittag vielleicht. Aber es gibt ja sogar schon einen anderen Song, ja, mit einem Nazis-Raustext. Deswegen bin ich so gespannt, ob sie das Lied wirklich überall verbieten wollen oder ob sie einfach nur eine neue Textpassage uns allen beibringen wollen. Ich bin gespannt auf deine Meinung, wie undemokratisch sie hier versuchen, die AfD an ihren demokratisch verbrieften Rechten zu behindern. Und sie feiern es als Kampf gegen eine faschistoide Massenpartei. Eine faschistoide Massenpartei bildet sich im Moment von Die Linke, Die Grüne, SPD, CDU, FDP heraus. Denn sie beschwören überall die Einheitspartei. Und da haben sie in Geschichte alle nicht aufgepasst, denn das hatten wir schon mal. Und das geht völlig in die Hose. Egal, ob die AfD auf der anderen Seite steht oder es ist dann BSW oder wie auch immer. Wenn man an die Töpfe der Macht will, wo sich die Etablierten seit Jahren daran laben, dann wird man zum Staatsfeind Nummer eins in diesem Land. Damit mache ich Schluss. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir unbedingt mal einen Kommentar zur demokratischen Stadt Essen. Bis bald. Taschen lief mich.